Du hast doch immer gesagt, du würdest die Leute sogar mit beim Kappen mitnehmen, ne? Ja, was ist das? Okay, jetzt ist der Tag gekommen, ich nehm sie mit. Hey Fresh Family, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hab gerade eine spontane Idee, ihr kennt doch dieses Format. Instagram entscheidet einen Tag lang, ne, Instagram entscheidet unseren Tag oder irgendwie so. Wir machen daraus, Instagram entscheidet unseren Morgen. Ihr dürft heute entscheiden, wie unser Morgen ablaufen wird oder unser Vormittag oder wie auch immer. Und ich werde euch jetzt die erste Frage auf Instagram stellen. Ihr wisst, was zu tun ist, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, in die Kommentare schreiben, dass ihr alles erledigt habt. Und dann geht's jetzt auch schon los, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, ich werde jetzt auf Instagram die erste Frage stellen. Was geht, meine Lieben? Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier schon gerade am Videodrehen und hab eine spontane Idee, denn ich werde jetzt das Format drehen. Instagram entscheidet einen Tag lang unser Leben bzw. unser Morgen oder was auch immer. Und die erste Frage wird lauten, bzw. ihr müsst vorher wissen, Ren schläft noch, aber ein bisschen unterwegs. Und die erste Frage lautet, soll ich ihn wecken oder soll ich ihn nicht wecken? Ihr habt jetzt genau drei Minuten Zeit, um abzustimmen. So, Leute, Zeit läuft. Hier wecken, schlafen lassen. Und ich warte jetzt genau bis 11.03 Uhr auf die Abstimmung. Oh, no, no. So, Leute, 11.03 Uhr. Und die Abstimmung lautet wecken. Aufstehen! Oh. Wir drehen heute ein Video. Instagram entscheidet einen Tag lang unser Leben. Und sie haben entschieden, dass du aufstehen sollst. Also aufstehen! Ich glaube, es waren 59 Prozent, die meinten, du sollst aufstehen. Die haben mich rasiert, ohne Spaß. Er hat auf jeden Fall Lust aufzustehen. Null. Ich merke einfach, ich muss noch tanken. Du musst tanken? Ich schlaftanken. Leute, er ist nicht mal richtig wach. Guck mal, er sagt, er muss tanken. Ja, schlaftanken. Aufstehen! Das Video beginnt jetzt. Wow. Irgendwann später. Hast du Hunger? Hast du Hunger, Papa? Papa! Was ist denn die Frage? Erscheidest du oder scheidet wieder? Ich habe mir noch gefragt, hast du Hunger? Weil entscheidend tut Instagram. Ja, ich. Hast du, okay. So, Leute, ich nehme jetzt auf. Einmal muss hier ein Filter raus. Okay, Leute. Eins, zwei, drei. Nächste Frage, Leute. Hat Ben es verdient, jetzt Frühstück von mir zu bekommen? Oder nicht? Ihr dürft jetzt abstimmen. Ihr habt genau drei Minuten Zeit. Muss ich ihm Frühstück machen oder muss er verhungern? Oder muss er nicht Frühstück machen? Oder was? Oder muss ich denn Frühstück machen versuchen? Aber dann nur für dich selber, weil ich habe schon gefrühstückt. Ach so. Ich bin ein Brot im Nutella. Ein Brot im Nutella. Und Leute, ihr seid so böse. Ben hat Hunger. Wie könnt ihr das erkennen? Da. Frühstück machen oder er soll selber machen? Er soll es einfach selber machen. Ich kann nicht mehr. Nächste Frage, Leute. Ich meinte, ihr seid so witzig. Ihr seid richtig böse, ne? Aber okay, ich halte mich daran. Ihr wisst, ich mache ihn sonst jeden Morgen Frühstück. Heute gibt es kein Frühstück von mir. Muss er sich selber machen. Das werde ich ihm jetzt sagen. So, die Leute haben abgestimmt. Du liegst immer noch im Bett, ne? Die haben auch abgestimmt, dass du aufstehen sollst. Warte, ich zeig dir kurz. Frühstück, ja oder nein? Was sagst du? Ja, bestimmt auf, nee, die wollen mich ärgern. Nein gemacht, ne? 60 Prozent sagen, soll er selber machen. Ich wusste das. Ich wusste das. Aus Prinzip, einfach aus Prinzip. Und 40 Leute meinten, dass ich dir Frühstück machen soll. Aber leider. Ich weiß, die Mehrheit. Die Mehrheit soll... Ich wusste das eigentlich. Also, daher. Oh! Wir müssen dich leider dabei aufnehmen, wie du dir Frühstück machst, weil sonst blöw. Ja. Nein, ich mache. Okay. Also, ich kann auch mein Frühstück mit Nutella. Das war's. Ich mache gar nichts Großes. Das ist mein Frühstück. Alles klar. So, Leute. Und dann kommt auch schon die nächste Frage. Ihr seht, ich bin noch im Pyjama, im PG noch nicht fertig. Und meine Frage, ich will mich jetzt fertig machen. Soll ich mich einfach ganz natürlich fertig machen? Oder heute mal ein bisschen Make-up drauf machen? Auch das dürft ihr heute entscheiden. Ihr seht, ich nehme es dir auf. Also, Leute, drei Minuten zum Abstimmen. Leute, warum habe ich das gewusst, dass ihr für Schminke abstimmt? Ihr schreibt mir so auf, Daisy, nimm uns mal mit, wie du dich fertig machst und so. Alles klar. Das werde ich heute in dem Video nicht machen, weil das wird viel zu lang. Aber wenn ihr wollt, dass ich euch da mal mitnehme, schreibt gerne in die Kommentare Make-up-Routine by Daisy. Und dann mache ich mich jetzt mal einmal fertig. So, der Herrenhaus ist erwacht. Leute, er hat gefühlt eine Stunde gebraucht, um überhaupt aufzustehen. Und macht sich jetzt seinen Frühstück, ihr seid live dabei. Also die erste Abstimmung, dass er aufstehen soll, ist erfolgt. Die zweite Abstimmung, dass er sein Frühstück selber machen soll, passiert jetzt auch. Oh mein Gott. So, das musste ich erst mal finden in der Küche. So ein Ding ist das, ne? Ja, ja. Egal, auf jeden Fall, Leute, ihr seht, hier Toastbrot, nicht mal getoastet, einfach so, Messer, Nutella rauf, geiles Frühstück. Ich finde es spannend. Guck mal hier. Mama. Einmal dann. Wow. Hier, Nutella. Okay, guten Appetit, ne? Danke. So, Leute, noch ne Abstimmung, nämlich, hat Ben gerade diese glorreiche Idee gehabt, abzustimmen lassen, ob er seine Zähne putzen soll oder nicht. Er isst nämlich gerade sein Nutella-Brot, also sein Frühstück, welches er sich selber gemacht hat. Und ihr dürft abstimmen, ob er seine Zähne putzen soll oder nicht. Hier wird getobt. Mama. Mama, immer Mama. Mama, Mama, Mama. 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 Zum Mama. Zum Mama. Zum Mama. Zum Mama. Zum Mama. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, okay, ich schrei nicht so, Kinaja. Auf jeden Fall, was haben wir abgestimmt als letztes? Mit Brot schmieren. Und danach? Und danach, weiß ich nicht, danach. Zähne putzen. Weißt du, was meinten die? Was sagst du? Guck, ich meinte, die wollen ärgern. Nein, guck mal. Die haben gesagt, also 73% sagen ja, du sollst Zähne putzen und 27% meint nein. Also geh bitte deine Zähne putzen. Das heißt, auf denen dein Mund stinkt, ne? Weißt du, ne? Natürlich stinkt mein Mund. Aber voll frech, dass einige auch für nein machen, ne? Auf den? Ja, auf den. Die sind so, die putzen keine Zähne. Die putzen keine Zähne, ne? Ja. 2000 Jahre später. So, Leute, ich bin jetzt ein bisschen gerichtet. Ihr habt abgestimmt, dass ich mich ein bisschen mehr schminken soll. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ein neues Make-up verwendet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Schminken ist nicht so meins. Das verurteilt mich nicht. Also gefällt dir das? Wie gefällt dir das eigentlich? Ja, ich muss erst mal, glaube ich, damit zurechtkommen. Aber an sich finde ich, dass ich das mit meiner Haut halt voll gut, wie sagt man? Versteht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nicht versteht. Es passt sich meiner Haut an. Genau. Ja, das wollte ich ja sagen. Aber mir ist aufgefallen, ich brauche auf jeden Fall auch noch was für die Augenringe. Nee, es ist ja das. Auf jeden Fall noch was für die Augenringe. Und Leute, meine... Hä? Meine Eyelashes, die sind halt nur noch vereinzelt, weil meine Eyelash-Dame ja nicht mehr kann. Und immer dann, wenn ich arbeite, dann arbeite... Nee, wenn ich arbeite, hat sie frei, aber wenn ich frei habe, dann arbeitet sie. Und deshalb habe ich jetzt keine Eyelashes mehr, ich habe aber keinen Bock, mir irgendwelche zu kleben. Und deshalb habe ich mich zwar ein bisschen mehr geschminkt, aber ohne Wimpern. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ansonsten muss Benni jetzt seine Zähne putzen. So. Also. Zeig mal, wie du deine Zähne putzt. Also Wasser. Und dann Zähne putzen. Wow, okay. Leute, so putzt man Zähne, damit man keine Löcher bekommt. Ich will Zähne putzen. Ich will Zähne putzen. Hast du auch Zähne putzen? Ja. Sehr gut. Zähne putzen ist wichtig, ne? Mhm. Zunge auch, weil wegen Mundgeruch und so, ne? Cool. Aber bitte Zahnpasta haben. Zahnpasta haben? Okay. Zähne putzen, Zähne putzen, muss dein Liebes gehen. Zähne putzen, Zähne putzen, bis sie sauber sind. Hm, super machst du das, mein Schatz. So, Papa. Wo ist aktuell mein Körper jetzt? Ja, sieht stabil aus. Ja, Kino. Na jetzt? Okay, hau mal gegen meinen Bauch. Ey, Kollege, hau nochmal. Ey, Mama. Der hat aber schon Kraft, ne? Ey, nochmal. Ey, nochmal. Okay, schau, schau. So, Leute, eine sehr, sehr wichtige Frage. Und zwar, soll ich selber entscheiden, was ich anziehe oder soll heute mal Ben entscheiden, was ich anziehe? Ihr dürft entscheiden. Du hast auch immer gesagt, du würdest die Leute sogar mit beim Kappen mitnehmen, ne? Ja, normal. Okay, jetzt ist der Tag gekommen. Ich nehm sie mit. Und mir riecht es für dich auf den. Riecht okay. Riecht okay? Nein. Ja, was ist denn jetzt? Auf jeden Fall. Es gab eine Abstimmung. 67% haben abgestimmt, dass du heute entscheidest, was ich anziehen soll. Also du darfst mich heute einkleiden und ich möchte ein paar Bilder machen heute. Und deshalb musst du mich bitte schön einkleiden. Also unser Bilder machen hat ja nicht mit YouTube zu tun. Hat auch nicht. Kannst ja auch mit Jungs aber anziehen, ne? Aber du darfst so ein bisschen im Voraus, ne? Nicht, dass du irgendwie sagst, ich soll deine Sachen anziehen. Doch, 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 doch. Das hab ich ja vorhin. Du meinst ja nicht die Bilder jetzt machen. Okay. Also willst du als ich rumlaufe wie ein Penner heute? Ja, genau. Okay, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Dann mach mal schnell mit deinem Kacki hier, okay? Ja, mach mal. Ich muss mit meinem Outfit von heute, weil ich musste mich jetzt anziehen. Leute wollen sehen, wie du mich stylest heute. Weil du mich aufregst und deine Umfrage gestartet hast, ne? Weil deine Leute auch zu mir sehr, sehr, ich sag mal... Ey, aber die meinen, du sollst Zähne putzen, ne? Die hätten auch gesagt, auf dich nein. Korrekt, 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 aber die war ein bisschen unkorrekt. Nichtig, nein, deswegen musst du das auf die Kappe nehmen, ne? Aha. Ich zahl, also ich zahl denen das heim, aber du kriegst das ab. Aber warum? Das war nicht mal so, ne? Deswegen, Leute, willst du was anderes anziehen? Du hast meine Sachen anziehen. Du bist so unnötig, ne? Deine Hosen werden mir runterrutschen, ne? Komm, musst du einmal durchziehen. Ja, okay, los. Guck mir einfach. Komm, los, los. So, 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 Leute. Ich hab hier schon was ausgesucht. Finde ich dein Ernst, ne? Ich glaube, die wird mir runterrutschen. Hast du kein Wirt? Nein. Ich hab auch ein paar engeren am Start, so skinny Jeans, ne? Und du meinst, weil die bei dir skinny sind, sind sie bei mir dann auch skinny. Ja, natürlich. Hier, das ist skinny. Guck doch. Das kannst du machen von mir. Du hast einen viel größeren Po als ich, ne? Hab ich? Oh, danke. Ich bin mal gespannt, was er mir da raussucht, Leute. Kannst du ja auch aussuchen. Guck mal, guck mal. Hier, das ist auch eine Hose von mir. Mhm. Okay. Die ist auch skinny, ne? Ja, die sieht ganz nice aus. Kannst du ausprobieren. Ich mach heute auch Boyfriend-Style. Soll ich irgendeine nehmen? Okay, bin gespannt, wie ich gleich aussehe. Ich auch. Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? Also die Hose geht eigentlich sogar, ne? Nur hier. Das ist meine Hose, ne? Wo hängt die eigentlich? Merkt einfach, als hättest du Eier oder so. Wahnsinn, dieses lockere T-Shirt und so, find ich gar nicht mal so schlecht. Ja, find ich auch gar nicht schlecht. Ich hab mir das schlimmer vorgestellt eigentlich. Ja, das sieht sogar chiller aus. Ja, find ich auch. Okay. Ich dachte, ich bin nicht zufrieden. Aber hast du bei der Hose überhaupt Arsch in der Hose? Mhm. Aprikose. Ja, aber im Hinten T-Shirt sieht auch richtig fresh aus. Shoutout an Shan Lee. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Oh, das T-Shirt ist ehrlich fresh. Ja, feier ich auch. Und was soll ich für Schuhe anziehen? Ach. Ist mir geil. Ja, ist geil. Ist überlassen. Okay, das nimm mich so hin, so geh ich jetzt raus, Leute. Riesen. Ich weiß nicht, ob das Video weiterfinden soll oder jetzt dann beenden? Gehst du raus? Willst du das noch mit Caden machen? Was soll ich dann mit Caden machen? Ist ja beendet dann. Wie viel war das? Das waren locker so 10 Abstimmungen. Oha, oha. Das ist so viel. Dich wecken, Frühstück, Zähneputzen. Nee, nee, nee. Lass mal. Irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Okay, vielleicht so 7 oder so. Ja, irgendwann ist Schluss. Egal, Leute. Und auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat. Ich geh jetzt ehrlich so raus, ne? Seht ihr ja meine Instagram-Story. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Werdet jetzt so rausgehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder wir hoffen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr was zu tun, das Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt erledigt habt. Und wenn euch dieses Format gefallen hat, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Denn dann filmen wir es auf jeden Fall noch weiter fort. Und würden auch mal den ganzen Tag bestimmen lassen, oder? Ja. Ja. Ansonsten, Leute, muss ich jetzt los. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Bye, bye. Hey.